Okay, hier sind wir wieder. Ich bin der Void-Doktor und ich bin hier in meinem x-ten Teil meines Let's Plays. Die letzten Aufnahmen waren da ziemlich durch den Wind genommen, aber weitgehend folgendes ist passiert. Wir haben eine weitere Festung gefunden, einen komischen Roboter, haben rausgefunden, dass wir das magische Schwert Dämonenklinge sofort finden können und nicht erst nachdem wir 100 Festungen durchgekämmt haben. Dafür müssen wir allerdings, so seltsam es klingt, vier Beschwörungskristalle finden und in einen Roboter einsetzen. Da Ariel allerdings gerade mal genügend Hirnschmalz hat, um das Schmiedehandwerk zu erlernen, neben dem Umgang mit Waffen und allem, was ja auch eine gewisse Zeit erfordert. Tja, sagen wir mal, ich würde es mal versuchen so zu beschreiben. Ihre Versuche, Kristalle in Roboter einzusetzen, waren nicht gerade von Erfolg beschienen. Glücklicherweise kennen wir eine Dame, die uns helfen kann, nämlich Tatjana. Die kann mit Maschinen anscheinend besser umgehen als wir, so ähnlich wie wir furchtbar mit Maschinen umgehen können, aber dafür wunderbar mit Waffen, so ähnlich kann sie furchtbar kochen, aber dafür anscheinend gut mit Maschinen umgehen. Äh, nein, Moment, Orin war derjenige, der gut mit Maschinen umgehen... Ach, egal, ich frage einfach beide. Ja, sieht man, das ist vor zwei Tagen ja gespielt und schon wieder alles vergessen. Gut, Magie haben wir zugehört. Wir können immer noch alles anwenden. Hm, gut. Tja, das war im Prinzip der Recap. Und einen dieser Kristalle übrigens haben wir schon. Aber den konnten wir ja, wie gesagt, nicht einbauen. Hm, zwei kriegen wir anscheinend, indem wir in den Festungen, wo wir schon waren, herumfragen. Und wenn diese drei eingesetzt sind, müssen wir anscheinend noch zu einer Festung weitermarschieren, dort ein Kristall besorgen und dann uns direkt zu dem Schwert beamen. Und dann haben wir das Spiel anscheinend auch schon fast geschafft, würde ich will ich sagen, aber... Okay, bringen wir es hinter uns und am besten jede Aufnahme nochmal kontrollieren, damit nicht nochmal so ein Unfall passiert wie beim letzten Mal. Ja, ja, genau. Der Roboter Bruno will nicht, dass wir ihn anfassen, nachdem wir ihn fast umgebracht haben. Okay, gut. Ach ja, und noch was Neues. Wir können uns jetzt anscheinend entkämpfen. Verwandeln. Okay, wo gehen wir zuerst hin? Es kommt drauf an, was wir mit uns rumschleppen. Genau. Damit können wir uns in eine bessere Version von Ariel verwandeln, die aussieht, als wäre ihr Vater Megaman gewesen. Aber so wie ich das bisher abschätzen konnte, könnten wir anscheinend dann da als Ausgleich keine Magie und keine Gegenstände anwenden. Dafür schlägt sie kräftiger zu und kann weniger Schaden einstecken. Damit meine ich, dass sie weniger Schaden nimmt. Nicht, dass sie plötzlich verwundbarer ist. Na egal, beamen wir uns erstmal ganz an den Anfang zurück und über Nacht eine Runde, statt Heilgegenstände zu verbrauchen. So. Ich bin ja mal gespannt, wann wieder mal Nachtzeit ist. Einkaufen können wir hier nochmal. Ja, 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 ist ja gut. So, das Kaufen und Verkaufen habe ich euch jetzt erstmal erspart. Sie sind nur Heilgegenstände eingekauft. Machen wir wahrscheinlich noch tausendmal. So überspringen wir mal, damit es schneller geht. Oh, Rocky, äh, oh Ariel. Ah, Rocky ist nun mal bei uns hier. Fehlt mir noch Bullwinkel. Ja, gut. Er spielt nicht mit Karma und er will Tatjana treffen. Jupp. Oh, er mag diese Süßigkeiten wirklich. Das ist wahrscheinlich in Wirklichkeit Lakritze oder sowas. Und darum denken sie, dass das alles wirklich schrecklich schmeckt. Und er weiß nicht mal, dass das Süßigkeiten sein sollen, weil er denkt, das ist so ein Lakritze. Aber warum erkläre ich das überhaupt? Da stecke ich wahrscheinlich mehr Gedanken rein, als die Schreiberlinge für diesen Kram. Ja, jetzt erklärt sie im Detail, oh Gott sei Dank, uns werden 300 Textwelle erspart. Ach, nee, könnte das sein? Verdammt, was hat sie ihr erzählt? Das ist doch genau... Oh Mann, ich kann es nicht fassen. Haben die Programmierer gedacht, ihre Spieler hätten Probleme mit ihrem Kurzzeitgedächtnis oder was? Weil ich denke, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich keine Probleme hatte, nach sechs Wochen Pause wieder reinzufinden. Dadurch, dass jeder Scheiß einem fünfmal erzählt wird, selbst 10.000 Stunden später im Spiel, hat man kaum die Gelegenheit, irgendwas total zu vergessen. Eigentlich ganz praktisch. Würde ich das gleiche bei Phantasy Star 3 machen, würde ich wahrscheinlich eine halbe Stunde erstmal herumsuchen müssen, um rauszufinden, was ich mit dem zu tun habe. Gut. Ach, um Himmels Willen. Erzählen die... Was erzählen die jetzt wieder hier rum? Jetzt geht es um einen Kuss, was... Verdammt, habe ich irgendwas verpasst? Ach so. Wegen Rocky. Na ja, bestimmt. Ach, wie niedlich. Oh, ich habe das ein Herz gebrochen gekriegt. Oh, du bist so herzlos, nicht wahr? Ha, gut für dich. Das ist einer des ihr Fehler. Warum? Okay, wir müssen davon. Halt. Oh. Oh. Nein, das war's nicht, du. Das waren diejenigen, die diesen dusseligen Dialog geschrieben haben. Ah ja, Tatjana hat einen strengen Willen. Wir müssen auch stark sein. Ja gut, wir wollten eigentlich Orien finden, aber er ist nicht hier. Ich frage mich, wo er ist. Ach ja, er wollte zu Nina gehen. Oh, wie praktisch. Da können wir auch gleich den dritten Beschwörungskristall kriegen. Da kann er gleich alle drei einbauen. Oh, ich sehe es. Das Spiel hält uns immer noch an den Händchen wie süß. Okay, dann weiter mal bringen wir es hinter uns, damit wir Monster verkloppen können. Ah ja, übernachten wollte ich noch hier. Okay, hier hat sich nichts geändert, außer dass ich die Waffen repariert habe. Ab ins Bett. Ja, genau. So, die beiden haben sich ja in ihrem Bett ausgeruht. Dann können wir mal speichern. Ja, 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 ja. Das dauert gerade so lange, dass ich mir überlege, ob ich die Kamera nicht abschalte. Aber nicht lange genug, dass ich mir... Dass ich da zukommen würde. Wenn ich mich vorwärts gebeugt und die F2-Taste gedrückt habe, ist es schon wieder zu Ende. Und dann muss ich sie wieder drücken, um die Software wieder einzuschalten. Also spare ich mir den ganzen Stuss und renne einfach nach draußen jetzt. Ja, ja, du mich auch. Was haben wir denn hier? Ach, Geld. Ah, jetzt finden wir wieder Erz. Aber leider nicht das Erz, das ich bräuchte. Eisenherz ist ab diesem Punkt jetzt eigentlich ziemlich nutzlos. Zumindest haben wir jetzt drei Festungen. Zuerst müssen wir jetzt nicht mehr. Dann nehmen wir noch zur zweiten. Und besuchen Nina. Die ist wahrscheinlich hier drin. Ach, oder wir müssen sie unten in diesem Felslabyrinth wieder suchen. Oh. Zwischensequenz. Eins muss man dem Spiel ja lassen. Das ist verdammt linear, aber zumindest versuchen sie einen mit der Story ja da bei Laune zu halten. Während man keine Monster kloppt. Jaja, und jetzt erzählt sie der nächsten Person, dass sie vier Beschwörungskristalle braucht. Oh, ja genau. Oh, gut. Wir kriegen den also von ihr. Jaja, ist ja gut. Oh, ich jetzt behälte das Ding auch noch. Was müssen wir sie jetzt verprügeln? Ach, schade. Okay, das reicht. Jetzt muss ich dieses Karnickel verprügeln gehen gleich, um mich abzureagieren. Could it be? Oh, was zum Geier. Na ja, war auch immer gut. Meinetwegen. Na los, küsst euch schon, Mensch. Die lesbischen Untertöne werden immer stärker. Ja, ja, ja. Mit anderen Worten, wenn der Spieler das Spiel ausgemacht hat, oder was. Jetzt reden sie wieder darüber, zu Hause, für Yoga, alleine und... Ja, 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 ist ja gut. Abgesehen von diesem Beschwörungskristall war das eigentlich ziemlich sinnlos. Aber es war doch ein bisschen amüsant. Meister, du Feigling. Wenn du es nicht tun willst, lehne einfach ab. Ja, genau. Gut, jetzt haben wir drei von diesen vier blödsinnigen Kristallen. Die wir zum Teleportantenbrotieren brauchen. Und damit brauchen wir jetzt nur noch Urin. Dann gucken wir mal, wo der steckt. Okay, Suche 1. So, rennen wir hier mal rum. Hier haben wir schon alles ausgeräumt. Dann gucken wir mal. Ha, die können uns kaum noch was anhaben hier. Aber wir hauen wir sie auch alle platt. Kein Problem. Oh, die geben uns tatsächlich noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Mehr als ich gedacht habe. Aber nicht genug. Bei weitem nicht genug. So. Ja. In solchen Situationen fangen die Zufallskämpfe an zu nerven. Gegner geben so wenig Erfahrungspunkte und Geld, dass einem das Ganze ein bisschen wie Zeitverschwendung vorkommt. Weil die ganzen flachen Steine, die ich kriege, sind wahrscheinlich nützlich, wenn ich später mal meine Waffen ordentlich in Schuss halten muss unterwegs. Ja, diese blöden Schreibeisensteine, Schleifsteine sind verdammt teuer. So hier selbst zumachen. Oder ist dagegen kostengünstiger. Ach ja. Fresse und hau ab. Ich muss mich hier nicht mal anstrengen. So. Natürlich fällt mir da ein, schon lange her ist, seitdem wir das Spiel angefangen haben. Wir haben das jetzt zu mindestens ein Drittel durch, glaube ich. Hoffe ich. Aber ich habe noch keine dieser legendären Spezialattacken gesehen, von denen ich gehört habe. Oder was immer passieren soll, wenn man die Waffenleiste gelb hier Tag steht, voll ausgefüllt hat. Ich benutze jetzt erstmal die Axt hier so lange, bis wir das geschafft haben und gucken, was passiert. Ja, ich glaube rechts ging es weiter. Ach ja. Komm her, Schlammboxer. Nasenschleim. Naja. Nicht viel anders als vorher, nur dass ich jetzt mehr Trefferbunkte habe. Macht mir das nichts mehr aus. Und wir gucken mal, ob wir Nina irgendwo finden. Vorausgesetzt, ich habe nicht das Layout total durcheinander gebracht und es wäre von der anderen Seite schneller gewesen. Naja, ja. Selbst deren Sturmangriffe können wir kaum noch was anhaben. Naja gut, das Geld, das die mir geben, ist zumindest... nützlich, ja. Geld ist immer gut. Und das Papier, und das könnte ich natürlich noch zum Basteln von Gegenständen benutzen oder verkaufen. Erstaunlich wertvoll. Das passt sogar fast ökonomisch in so einer quasi mittelalterlichen Umgebung. Aber dann fällt mir ja gerade ein, die haben Roboter und all so einen Scheiß. Also so macht es wohl doch keinen Sinn. Ah. Naja. Immer noch besser als Androiden, die man vergiften kann. So. So. Komm her, Axt hinein. Genau. So. Gut, versuchen wir es hier mal. Wir müssen ja irgendwie wieder zurückkommen. da, 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 da. Genau. Ja, ja. Probieren wir mal alles durch hier. Okay, wo lang jetzt? Gehen wir mal links. Oh, ach ja. Brauchen wir eine Spezialwaffe? Genau. Ja, hauen wir mal mit der Faust gegen. Und dann geht's hier lang. Easy peasy. Und da fällt mir ein... Ah ja, na gut. Ich würde eigentlich gucken, ob man diesen Gegenstand zum Verwandeln jetzt ausrüsten kann. So. Aber erstmal muss ich die hier klein hobeln. Okay. Genau. Item... Äh, nee. Equipment, das war's. Äh, nee, das war's nicht. Genau, Support. Jetzt fällt mir er wieder ein. Ja, genau. Wir können es ausrüsten. So. Ach, Schwermetall ist schon mal ein bisschen besser. Das können wir zum Upgraden verwenden. Mal sehen, was daraus wird. Aber wir sind natürlich total in die falsche Richtung gelatscht. Das ist typisch. Allerdings kann ich gleich diesen roten Stein demonstrieren. So, jetzt testen wir ihn mal. Ah, zu schnell. So. Verwandlung. Zap, zap. I have the power. Boah. Boah. Oh. Gut, diesmal können wir Magie und Items einsetzen. Und wir hauen so stark zu, dass es schon richtig gemein ist. Gegen Gegner, die so schwach sind. Oh, und wir können doch nicht. Hat nur eine Weile gedauert. Ja, ja, gut. Jetzt haben wir das nochmal getestet. Dürfte allerdings bei Endgegnern gut sein. Das ist ausgesetzt. Man vergesst das Heilen nicht. Ah, ja. Hau dagegen, mach den Weg frei. Und weiter geht. So, wir haben sie gefunden. Oh, Ariel. Hi, Nina. Ich wollte, ich bin eigentlich hier, um mit Orin zu sprechen, aber was soll's. Jupp, worum jetzt? Ich brauche deine Hilfe, Orin. Ich bin leider zu unfähig bei mir, was Maschinen betrifft. Kannst du kurz mit mir mitkommen? Warum? Weswegen? Du bist die einzige Person, die wir kennen, die uns hier helfen könnte. Was ist los mit euch? Ihr wollt Hilfe? Spinnt ihr total? Na gut. Wenn ihr aufhört zu quatschen, komme ich mit. Ich würde gleich mitkommen. Vorsichtig, Orin. Das werde ich. Okay, das ging erstaunlich schmerzlos. Und deswegen brauche ich deine Hilfe. Ich habe ja halb erwartet, dass das Spiel jetzt nochmal 5 Minuten damit zubringt, mir nochmal alles hin und her zu erklären. Na gut. Du willst also, dass ich den Beschwörungskristall hier in Bruno einsetze? Nee, wir wollen, dass du ihn isst. Jetzt fang endlich an, Mensch. Ja, mit dir. Ah, Mensch. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Chance kriege, eine Mechanoiden-Soldat nachher rumzubasteln. Ach, ich habe so ein Glück, dass du schlecht mit Maschinen umgehen kannst. Hey, ich denke... Ich denke nicht, dass ich so schlimm bin. Ich meine, die Maschinen explodieren links und rechts, wenn ich sie auch nur berühre, aber... Nipp, du bist schlecht. So, okay, gut. Der Klingenfechter braucht immer noch 3 Beschwörungskristalle mehr, bevor wir weitermachen können. Ha, aber 2 haben wir ja schon gefunden. Oh, ja. Wir brauchen immer noch 3, aber 2 haben wir ja schon. Jep, gib sie ihm. So, jetzt brauchen wir nur noch eine. Gut, wenigstens hat er jetzt nicht behauptet, wir bräuchten noch 2 und wir müssten die anderen nochmal rüber reichen. Deswegen wäre wirklich das Letzte gewesen. Ja, ich weiß, da ist noch eine andere Festung. Glücklicherweise sind es nur 4. Jep, das könnte sein. Ich meine, wir haben in jeder anderen Festung eine gefunden. Also gibt es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt in der neuen auch was finden. Also los, Deiner. Ah, ja, du hast keine Wahl. Nur, du hast ja jede Wahl. Auf Himmels Willen. Nerv jetzt nicht. Okay. Hm. Wäre vielleicht besser, ich renne zurück und speichere nochmal. Man weiß ja nie, was passiert.